Der 23. Januar 2014 war kein besonders guter Tag für Aktienkurse und das lag hauptsächlich an durchwachsenden Konjunkturdaten aus China. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie zeigte nämlich eine leichte Schrumpfung an und das erstmals seit sechs Monaten. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der vom Market-Institut und der Großbank HSBC berechnet wird, der muss nämlich bei 50 Punkten und mehr stehen, um Wachstum anzuzeigen. Und das tat er in diesem Fall nicht. Allerdings konnte das den europäischen Aktienmärkten kaum etwas anhaben, denn hier sind die Konjunkturdaten heute recht gut gewesen. So ist der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft, also die Zusammenfassung der Einkaufsmanagerindex aus den Bereichen Industrie und Dienstleistungen, geklettert und zwar so stark wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr, ganz genau um 1,1 Punkte auf 53,2 Zähler. Allerdings mit der Eröffnung des Handels an der Wall Street in New York gerieten dann auch die deutschen Aktienkurse unter Druck. Der DAX rutschte sogar unter die Marke von 9.700 Punkten und testete dann auch nochmal die Marke von 9.600 Zählern. Jetzt wollen wir mal einen Blick vorauswerfen auf das, was uns zum Abschluss dieser Börsenwoche am Freitag, dem 24. Januar erwartet. Das wird von Konjunkturdatenseite nicht allzu viel Entscheidendes sein, aber Unternehmen werden natürlich weitere Quartalszahlen berichten. Einige der bekanntesten habe ich hier mal auf der Tabelle zusammengefasst, obwohl das jetzt auch nicht die großen marktbeeinflussenden Akteure sind. Dennoch wollen wir sie festhalten. Bristol, Meyers, Squibb, Kimberly Clark, Procter & Gamble, natürlich hier vielleicht der prominenteste Vertreter Stanley, Black & Decker und Xero. Das war's.